Also die Quest schmeckt mir heute hier. Aber ich bin trotzdem happy, weil ich vorhin noch den zweiten USB-Stick gefunden habe, den ich brauchte, um endlich bei Skiern ein bisschen Luft über Land zu gewinnen. Hier eure Gartenerei, Thomas. Was? Ich habe einen Trinkler-Stadt nur dabei. Einfach laufen, einfach laufen. Mitte Februar. Oh, sehr schön. Da könnt ihr euch noch eine Weile erholen. Ich renne jetzt hier wie der Teufel über die Map, will die Quest abschließen. Die Schüsse sind überall da, wo ich nicht bin oder wo ich nicht hin will, das ist gut. Im Resort sind die auch beschäftigt, die haben alle ihr Tun. Man muss doch mal Glück haben, Menschenskind, das gibt es ja gar nicht. Ich glaube, das ist jetzt schon, lass mich lügen, der achte Versuch. Oh. 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 So, dann jetzt schnell Bier und dann geht's raus. Der Sniper guckt in die andere Richtung, das ist gut. Hoffentlich bleibt das so. Ich hänge fest an der Scheiße. Schnell, bevor ich es sich anders überlegt habe. So, wir sind jetzt fertig. Von hinten vom Dorf bis hierher gerannt. Villa, Ressort, theoretisch dürfte sich jetzt alles nur noch Richtung inneren bewegen. Beziehungsweise die Leute, die hinten vom Tunnel kommen, müssten schon längst durchs Pier durch sein. Und die Leute, die hinten von Road of Customs, naja gut, die werden zum Ressort rennen. Und die anderen hinten am Kran, der Kransboden wahrscheinlich auch zum Pier. Eigentlich müsste alles schon durch sein, hoffe ich. Lasset uns beten, Leute. Und dass hier nicht wieder irgendwo einer schimmelt. Jetzt bist du so zum Kotzen, Alter. Muss doch mal machbar sein in die Quest. Da sind das Kläft davon. Den will ich eigentlich in Ruhe lassen. Und direkt wieder raus. Oh, erstmal ein bisschen Energie tanken und dann Railway, Rail Bridge, Rail Bridge. Ja gut, Energie wird auch schon wieder knapp. Ey, wenn mich jetzt einmal abknallt, rass dich aus. Wo du die drei Leichen suchen musst. Also die drei Positionen, wo die toten Kollegen rumliegen von Therapist. Und das muss der am Stück schaffen. Ich will auch nicht looten. Ich will gar nichts. Ich will bloß endlich die Kack fest abnehmen. Die Leute können sich um den Loot prügeln. Ist mir ja scheißegal. Ich will hier nur raus. Lohnt sich auch nicht, mich zu erschießen. Ich habe nichts. Eine schimmelige AKM. Obwohl, die finde ich gar nicht so schlecht. Aber spielt ja sonst keiner. Da kommt ein Skeff. Den lassen wir auch mal links liegen. Aufmerksamkeit sieht er uns nicht. Aufmerksamkeit. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Da haben wir jetzt aber was für die Endurance gemacht Das kann ich euch sagen, nur schlagartig Schlagartig Level 100 wahrscheinlich Das kann ich nicht Oh, ich fass es nicht Gott sei Dank So einfach kann es gehen Aber Wir haben uns gequält Wie die Bekloppten Oh, sorry Leute Es ist der Stuhl Der Stuhl Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal